Möchten Sie etwas Außergewöhnliches verschenken, dann könnte genau dieser Gutschein das Richtige sein. Schon die Karte schenkt Überraschung und Freude und auch der Inhalt ist außergewöhnlich. Die beschenkte Person erfährt eine ganz besondere Farbberatung. Sie erfährt dabei nicht nur, welche Farben ihr am besten stehen. Nein, weit darüber hinaus kann sie spüren, welche Farben zutiefst die eigenen sind. Und sie kann auch entdecken, welches die Farben sind, die sie am besten auch in Entspannung bringen. Oder in welchen Farben die Person sich am ausdrucksstärksten präsentieren kann. Das Ergebnis ist Wohlgefühl, beste Ausstrahlung und Präsenz. Also, wenn Sie das Leuchten in den Augen Ihrer beschenkten Person sehen möchten, dann haben Sie jetzt das richtige Geschenk gefunden. Mehr Infos auf meiner Website farbberatunghamburg.de Alles Gute für Sie und Ihre Lieben. Gertrud Maria Steinbach Gertrud Maria Steinbach Untertitelung des ZDF, 2020